Servus Leute! Willkommen bei mir, Armrage, und in einer weiteren Folge NEUTAR! Ich hoffe, wir schaffen es diesmal weiter als nur bis zum zweiten Area, dritten Area. Ich weiß, wir müssen vorsichtiger spielen, okay? Ich weiß, dieses Spiel ist alles über Vorsicht und langsam und Gegner einschätzt und alles, aber oh man, ich bin einfach zu hektisch dafür! Wirklich, Leute, ich hätte auch da warten können, aber ich bin da voll reingesprungen, weil ich muss einfach, das ist meine innere, mein inneres Tier! Der Bär will da einfach rein! Der Bär hat wahrscheinlich auch ein bisschen dickeres Fell als ich, aber nur ein ganz, ganz bisschen. So, schauen wir mal, Oh, da war noch jemand, hab ich nix her, hab ich nix her, weil ich einfach voranprescht bin! Aber was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? Ich kann doch nix anderes als vorwärts gehen! Du! Okay, da bin ich jetzt festgekackt. Ach, jetzt fällt auch noch mein Gold runter. Wieso brennt da was? Wahrscheinlich ist das ein Feuerteufel. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr, weil der Scheich durch das... Oh mein Gott! Durch das Wasser gekillt worden ist. So, sind da noch mehr von diesen Dingern? Huh, 87 Leben! Oh, ah, chaotisches Polymuffin könnte mir jetzt vielleicht helfen, vielleicht auch nicht. Ich will es auf jeden Fall nicht. Hier, und was wird er? Was wird er? Wahrscheinlich irgendwas, was uns tötet. Ja, komm! Komm! Feigli! Kannst schnell schießen, oder was? Oh, das tut mir aber leid für dich. Ach, verdammt! Verdammt! Ich wollte nicht, dass das chaotische Polymuffin jetzt überall an der Stelle fließt. Wir gehen! 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 Boah! Den hab ich mit dem Wasser! Ich kann den jetzt nicht durch, sonst brennen. Habt ihr das gesehen? Hab ich voll mit dem Wasser erwischt! So. Jetzt gehen wir erst mal hier rechts an der Rand hin. Dann haben wir das Rechte schon mal ausgelootet hier. Nein, nein. Weil hier sind überall noch die leichteren Gegner. Die Beleuchtung könnte aber ein wenig früher da sein. Aber ist okay. Ist okay. Ich will mich ja nicht beschweren. Und jetzt hast du drei von... Ja! Ja! Genau so muss das laufen! So! Weiter! Aua! Da war nur ein wenig säureig. Ja, nur Gift. Ja, verdammt! Ja, okay. Ist schon weg. Ist schon weg. Das ist nur ein leeres Glas. Da war ja Wasser. Naja. Brauchen wir nicht. Ist am Rand. Wir könnten... Könnten... Ja, das bringt uns jetzt gar nichts Leute. Das machen wir jetzt noch nicht. Weil... Ich sehe noch keinen Sinn der Rente hier. Ich bin nicht zufrieden mit. Ich sage nichts. Gut. Oh! 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 Oh mein Gott! Das war knapp. Leute, jetzt wird's... Jetzt wird's aber dann anstrengend. Komm schon. Komm schon. Und los. 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 Los! Los! Da! Geht er jetzt. Da! ich sag dazu nichts mehr wir haben immer noch kein starb aber der anfangs zauber ist ganz okay ihr brennt nicht alle nicht genug guck mal ganz viel gold ganz viel gold so viel gold mein gold wie viel haben wir jetzt 382 ja wäre schon okay also wenn wir jetzt in einer notsituation werden würde ich ums gold nicht weinen ich würde sowieso nicht weinen wir haben noch kein zauberstab keine herzen gefunden das läuft gerade momentan relativ beschissen wir haben nicht mal irgendwelche flaschen gefunden und das einzige wo wir angefangen haben ist polymorphin und leute ich weiß mit polymorphin kann man am anfang den berg hoch das ist wenn man sich im richtigen zeitpunkt verwandelt kann man weiter fliegen als normal das weiß ich würde aber ich sehe keinen sinn dahinter jetzt diese es gibt so zusätzliche herzen die könnt ihr euch zeigen wenn ich über den lava seh kommen was ist das dieses bell habe ich noch nie gehabt und jetzt sterbe ich jetzt jetzt battle music zack weg ist ok kuh weg davon weg davon Ja! Leben! 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 Los! 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 Uh! Yes! Wir haben's! Wir haben ein Herfer. Uh! Ich muss mir jetzt gerade... Natürlich! Polymorphin! Weißt du, das ist jedes Mal das gleiche Scheiße. Ja! Natürlich! Natürlich! Hallo! Nein! Danke! Da war Polymorphin dabei. Vorsicht! Ich habe ein Gold. Ah! Ja! Dankeschön! Ja! Ein Zauberstab! Wenigstens irgendwas! Ob! Ja, komm! Ich beschwere mich nicht. Wie schießt der? Müsst ihr relativ schnell... Äh... Äh... Ich nehme lieber den am Anfang. Ich ziehe auch noch... Irgendwas, Leute! Irgendwas! Komm! Äh... Der Stab hat eine ziemlich gute Wiederaufladezeit. Ich habe eine Scheiß-Mannerlade. Mannerlade-Rate, wollte ich sagen. Die Werte vermischen sich in meinem Kopf immer. Ja, ich bin wahrscheinlich ein wenig behindert. Egal. Äh... Und, und, und... Er ist tot. Gut. Keine Säure. Perfekt. Puh, hier hat schon sehr viel Säure geschafft anscheinend. Irgendwas! Er trank mit Wasser! Perfekt! Perfekt! Mehr wollte ich gar nicht! Mehr wollte ich gar nicht! Her damit! Dankeschön! Das ist unheimlich nützlich. Noch mehr Leben! Oh! Oh! Verpiss dich! Ein zerbrochener Zauberstab. Ist okay. Tschüss! Oh! Nope! No! Oh! Da war Dynamit! Ja, okay, komm. Das hat man aber jetzt echt schlecht sehen können. Das war mitten in seiner Leiche. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. 39 Leben. Wir machen weiter, Leute. Ach, meine Nase ist ein wenig zu. Ich war gerade raus mit meinem Hund. Deswegen läuft meine Nase gerade ein wenig. Alles gut. Und ohne vergiftet zu werden. So macht man das. Wir können mit dem Zauberstab durch. Zack. So. Perfekt. Nur durch Holz können wir. Und vielleicht Kohle. Oh! Wir könnten... Nein. Wir haben genug Gold. Wir sollen uns nicht drauf ankommen lassen. Wir haben nur 39 Leben. Den Frosch nehmen wir mit. Nein! Oh mein Gott! Jetzt wird es ein wenig anstrengend, Leute! Okay. Zwei Schüsse. Weg hier. Uff. Da unten brennt was. Und zack. Und zack. Nice. Nice. Besser hätte ich es nicht machen können. Ja, okay. Das Brennen ist ein wenig. Unglückstieg! Oh! Oh! Wir gehen erst mal. Wir gehen erst mal. Okay. 26. Ja, jetzt war es. Jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir. Ja, genau. Schalt 1 weiter. Da darf das... Genau das wollte ich. Jetzt gehen wir. Das war's. Ja, okay. Wir gehen so lange weiter, wie wir kein Gegner sind. Okay. Gegner. 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 Gegner weg! Gegner weg. Gegner weg. Gegner weg. Nein, wir gehen. Okay, 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 okay. Ich will nur noch gucken, was das ist. Nochmal Wasser. Wasser ist sehr nützlich. Wasser ist sehr... Okay, da kommen wir gar nicht hin. Fick dich doch. Nicht brennen. Brennen wäre ganz scheiße. Wieso sind wir eigentlich 28% mit Öl voll? Ja, das geht gar nicht. Ja, mit dem Wasser. Ah, da unten war ein Gegner. Ich hab's... Ja, ein Schroti. Ich hab's gewusst. Nein! Boah, epischer Ausweich-Move, Leute. Ah! Da stirbt, du Sackgesicht! Puh. Können wir jetzt mit denen durch Kohle durch? Ja, können wir. Okay, weiche Material sind okay. Kohle zählt in dem Fall zu Pulver in diesem Spiel, also. So wie Sand, theoretisch. Hat die gleichen Eigenschaften wie Sand. Also, das brennt! Ihr habt ihn zweimal drauf. Wieso ist der nicht gestorben? Ah! Oh, da ist ein Zauberstab dahin. Den möchte ich wirklich gerne haben. Komm, weg Gift. Es ist mir scheiße. Scheiße, ob das Gott ich mir ist. Gift nicht. Wo ist der Schroti? Der kommt jetzt da sicher runter und bläst mir ins Gesicht. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hänge an der Ecke. Ich hänge an der Ecke. Okay. Okay. Da oben ist der Zauberstab, Leute. Da vorne kommt zwei Dynamiteinies. Drei. Zwei sind weg. Oh. Okay. Lage geregelt. Lage geregelt. Ein Gift-Typi. Oh, nein. Oh, scheiße. Okay. 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 Ist noch okay. Ist noch okay, Leute. Wir können das machen. Wir können das machen. Oh, ja. Wir haben das gemacht. Okay. Auf zum Zauberstab. Auf zum Zauberstab. Gucken. Scheiße. Nur. Scheiße. Nur. Scheiße. Oh. Das war knapp. Weg mit dem. Weg mit dem. Der muss weg. Ja, wo schießt du denn? Schieß doch. Dankeschön. Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Leute. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Jetzt wirklich. Jetzt wirklich. Jetzt gehen wir wirklich. Auf mit dem Gift. Ich hör irgendwas. Hättest du das auch? Ja, ja. Okay. Nein. Gut, wir gehen da nicht lang. Ja, das Gift ist uns auch egal irgendwo. Wir gehen jetzt sowieso. Da ist niemand mehr. Okay. Gut. Schafft, Leute. Schafft haben wir's. Ich wollte ja probieren, den da rein. Das soll mir jetzt mal jemanden Unterschied sagen. Ah, nein. Das wollen wir nicht. Oh, der lädt das nicht mal nach, Leute. Der ist bis jetzt unser bester. Obwohl, bei dem kann man's nur probieren. Aber die machen halt Zaubererzögerung plus 1,7. Deswegen ist das eigentlich total egal, wo wir reingehen. Okay, der schießt aber wenigstens. Aber 3er Streuung. Minus 2. Ach. Oh, Leute. Das ist alles so beschissen, was wir haben. Die tun einfach da. Neues mehr. Was ist das eigentlich? Freundlich gesinnte Fliegen beschwören. Beschwört eine freundlich gesinnte Fliege, die deine Feinde angreifen. Das ist eine freundlich gesinnte Fliege. Leute, wir haben eine freundlich gesinnte Fliege. Verschwindet die einfach oder bleibt die? Ja, ist okay. Okay. Das ist doch auch... Ohne irgendwas. Wow. Wow. Können wir die irgendwo dazu packen? 160, 2020, 40, 60. Der wäre sofort leer dann. Hä? Okay. Wie viel machen wir auch schon? 660. Das muss ich jetzt kurz ausprobieren. Leute, bleiben die einfach? Ich glaube, ich drin fährt. Das ist aber voll geil. Ich habe eine Fliegenarmee, Leute. Ja, okay. Und dann muss ich halt aber... Oh mein Gott. Oh, Leute. Jetzt sind wir richtig, richtig nice dran. Machen wir nur das und... Schauen wir mal. Äh, was macht ihr da? Das ist ja geil. Scheiße, jetzt haben wir aber keinen Zauberstab und das wirklich... 10... 10... Ja, okay. Machen wir es so. Ja? Lassen wir halt mal so, Leute. Wieso nicht? Wir haben unsere Bomben... Ganz ehrlich, ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und der Stab ist auch scheiße. Den brauchen wir auch nicht. Unsere Fliegen will ich mal behalten. Die sind jetzt irgendwie weg. Wahrscheinlich abgelaufen oder so. Äh, ich nehme mal nochmals so einen mit. Ist gar nicht schlecht. Explosionsimmunität! HHHia! So, jetzt kann es losgehen, Leute. Fliegenbeschwören. Zack. 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 Zack, so. Und jetzt mit den beiden. Äh, erstmal nach links. Äh, erstmal nach links, Leute. Wer hab' noch viel. Dein, nicht deine Ansteller. Nicht deine Ansteller. Nicht deine Ansteller. Scheiße auf die Fliegen. Ach echt jetzt? Ist doch scheiße. Wisch können wir uns doch ballern hier. Scheiße auf die Fliegen. Wenn die wenigstens irgendwas könnten. Wisch, jetzt hab ich mein Wasser nicht aufgefüllt. Wir müssen vorsichtiger vorgehen, Leute. Vorsichtiger. Schau, wie das so scheiß Holz wird. Freundlich gesinnte Fliege, zippt mir nicht an! Zippt mir nicht an! Hör auf, mein Herz zu zünden! Oh mein Gott, ich glaub ich spinne. Ja! Okay, keine Fliegen mehr! Keine Fliegen mehr! Nein! Keine Fliegen mehr! Okay, das ist viel Lava, Digge! Hopp! Hopp! Doppelzauber ist okay mit ein paar Dynamit. Kann man Wasser. Hopp! Ich schätze... Oh Gott, Vorsicht! Wehe! Du triffst jetzt irgendein Pixel vor mir, das ich nicht weggesprengt habe! Ja, okay, das dauert echt lange. Ich habe mich schon gefragt, ob der irgendwann leer geht. Was habe ich gar gesagt? Was habe ich gar gesagt? Du... 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 Wir brauchen noch Feuerimmunität und dann haben sie mal eigentlich safe. Weil was uns hier Schaden macht, ist nicht die Explosion an sich. Es ist wirklich... Der ist Explosion-Simmun. Ja... 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 Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht wieder mal echt gut aus. Fliegen! 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 Ah! Ah! Verpiss dich! Kannst du nicht mehr fliegen? Ist der Flügel kaputt! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt stirbt doch! Oh mein Gott! 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 Ah! Oh des gitzt do nicht oder? Das gitzt do nicht! Ist ok, ist ok. Einfach irgendwo mal kurz einen Grund suchen, abhauen. Los, weg hier. Gold mitnehmen. Ab ins Wasser. Am besten auffüllen. Ach komm jetzt, ey, komm jetzt. Oh man Leute, das war stressig. Wir haben jetzt echt kurz konzentrieren müssen, weil sonst wäre das sowas von in die Hose gegangen. Du hast immer nur Explosionsimmunen. Ja, danke. Oh, da bin ich genau alleine geflogen. Und wieso stirbst du nicht? Ja, ich weiß, du stirbst auch nicht. Mein Aim. Kartoffeleim. Ok, du brennst wenigstens tot. Ist auch ok. Oh Gott. Ich hasse es, Leute. Ich hasse es. Leg dir ein wenig Gold her damit. Wo häng ich jetzt dran? Oh, und ich bin vergiftet. Natürlich. Fick dich. Fick dich. Oh, das Wasser. Vielleicht ist da irgendwas. Ja, ne Schatztruhe. Mit Berserkium. Na ja. Oh, wenn wir jetzt ganz mutig sind, hauen wir in uns selber Berserkium rein. Und dann dieses Sulfur-Ding. Dann ist die doppelt so groß. Und dann killen wir uns selber. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Zauberstab. Nice. Hermit. Hopp. Oh, ein Teleportstab. Aber ganz ehrlich, Leute, die fliegen sind scheiße. Vielleicht, wenn ich sie mal in einer Massenproduktion haben kann. Wenn ich wirklich einen Stab habe, der die dann tut 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 draushaut. Aber so sind die echt nicht gut. Und damit kann ich jetzt auch nichts anfangen. Gebe ich doch lieber für so einen Teleporterstab. Oh, der sieht fancy aus. Oh, der ist auch fancy. Wow. Wow. Okay, 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 okay. Wir brauchen keinen Bombenstab mehr zu dem Zeitpunkt. Weil wir das haben. Oh, was hat der alles? Warte mal, was hat der alles? Er hat Säurespur. Und er schießt über mir. Er schießt über mir. Hätte ich den jetzt abgeschossen, wäre ich so tot gewesen. Weil der hätte ein Projektil nach oben gemacht. Und die Säure wäre genau auf mich getropft. Und ich wäre gestorben. Okay. Gut. Gut, dass wir inzwischen etwas erfahrener sind. Und wir sowas nicht mehr machen. Und da habe ich gerade einen Weg für meine Gegner geöffnet. Double. Was ist das? Das sah so aus, als ob er da gelandet wäre irgendwo. Hopp. Unter dem Gold. Oh. Zack. Oh, so viel Lava. Das gibt es dort jetzt. Wieso droppt das Ding so viel Lava? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr hört doch mal auf Lava zu droppen. Noch ein Wasserpaddel. Ist hier irgendwas drin? Ne. Okay. Äh. Ja. Möchte ich. Möchte ich. Dich nicht. Ist da noch was drin? Nein. Hier ist nichts drin. Gold nehmen wir noch mit. Oh. Da war noch Gold gelegen. Ja. Liegt auch noch was. Da ist schon gleich ein Gegner. Ich weiß nicht. Ich geh vielleicht ausrum. Lieber. Vorher das mal weg. Ey. Mann. Okay. Da ist Öl drin. Sollt ihr mir merken. Nein. Die sind auch eine Explosion. Und ich. Das hat mir weiter in Wasser. Seht ihr. Ich hab den Schaden geblockt. Ach. Mein Gott. Schon wieder Schluck auf. Immer wenn die aufnehmen. Krieg ich Schluck auf. Ach. Wir haben den Explosionsschaden geblockt. Boah. Zum Glück hatten wir noch ein Wasser. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott. Sofort in Wasser eintrunken. Sofort. Sofort in Wasser eintrunken. Oh. Oh. Servus. Schön, dass du dich selber gekillt hast. Hast du verdient. Holen wir uns das? Das holen wir uns. Uh. Gut. Was haben wir uns geholt? Ah. Drei Leben haben wir verloren. Bei dem Fall. So. Kein Leben. Uh. Oh. 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 knapp. Jetzt stirbt doch endlich. Ist da was drin? Jo. Her damit. Oh. 235. Nice Leute. So. Geh einfach woanders hin. Spring da runter. Ist mir egal. Ich brauche dein Gold nicht. Okay, wenn ich die einfach brennen lasse, kriege ich zweimal Gold raus. Ja, bitte stirb einfach. Das ist mir lustig. Okay. Kartoffel-Aim. Los. Komm. Nein, gut. Du brennst erst mal. Brenne und stirb. Brenne und stirb. Brenne. Ja. Hör mit dem Gold. Sackgesicht. Heime verdient. Ah, verdammt. Fast. Nein. Euch lasse ich aber brennen. Einer von stirbt auf jeden Fall. Ah, der brennt auch nicht so viel. Ah. Ah. Oh. Habe ich gerade das kaputt geschossen? Nee, habe ich nicht. Okay, es ging nicht. Geht nicht kaputt schießen. Weg hier, weg hier. Oh, wir sind links drin. Oh, wir sind links drin. Gut. Jetzt nur vorsichtig, Leute. Ganz vorsichtig. Da ist ein Spawn-In. Das soll die euch gleich killen. Fuck. Ah. Fuck. Fuck. Ja, ist okay. Ist okay. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ja, ist okay. Danke, dass du mir hilfst. Oh mein Gott. Hier regnet es einfach. Ich gehe da unten nicht hin. Ist mir egal. Ich gehe da unten hin. Ich glaube nicht, dass die hier hoch können. Also scheiß drauf. Oh. 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 Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Du hast mir schon meinen Run kostet. Du hast mir schon meinen Run kostet. Bitte nicht. Ah. Nein. Ich werde kein Fletschuss mehr. Oh mein Gott. Da ist der Spawner. Das ist eine scheiße Ameise. Dieses Ding. Bist dich. Und du, French. Jetzt. Ach. Ab. Du Arschloch. Geh doch. Ah. Kann ich mich da schon durchgraben? Ja. Danke. Nee. Nee jetzt. Nee. Du stoppst jetzt. Lass mich doch in Ruhe jetzt mal. Da oben ist ein Stab. Da drüben ist ein Parplexium. Brauche ich eigentlich nicht. Aber es werfen eine Flasche in die weitere. Kann man mit Wasser füllen. Oh nein. Du bist weg. Du bist weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Leg. 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 Wenn es zu laggy wird, Leute, werde ich das Spiel mal schließen. Und neu starten. Das hilft schon sehr viel. Weil einfach über die Zeit, je mehr es berechnen wird, umso läckiger wird es irgendwann. Ist auch logisch. Also ich verstehe es. Oh. Oh. War das eine scheiß Idee, da hoch zu gehen. Aber ich muss diesen Spawner-Platt machen. Ja. Dankeschön. Oh. Vielleicht sollten wir gehen. Vielleicht sollten wir gehen. Aber da oben war irgendwas. Ich habe es gesehen. War das ein Stab. Oh. Ah. Gut. Du bremsst bitte. Danke. Du killst bitte. Du stirbst bitte. Ach Gott. Oh. Wir waren doch gerade Wasser. Wir waren doch gerade mit Wasser voll. Er ist tot. Du brauchst gar nicht dran denken, du Sackgesicht. Nein, du Sackgesicht. Das sind alles Sackgesichter hier. Schau dir doch einmal an. Oh Gott. Oh ja. Danke, Leg. Weg. Und? Nee. Nichts. Troffen. Troffen. Nichts. Ah. Troffen. Okay. Der kommt wahrscheinlich runter jetzt. Oder nicht? Ja. Doch. Oh. Der Tentakelangriffe. Vorsicht. Der Tentakel. Oh. Teleport. Zu viel auf einmal. Oh. Oh nein. Nein. Oh. Nein. 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 Der Schlaf. Oh. Nein. Nein. Oh Gott. Wir gehen. Leute, wir gehen. Das war's. Ich werde ihn nicht versauen. Oh. Wir gehen. Ist mir wurscht. Wir gehen. Lass mir Ruhe. Gut. Nein. Lass mir Ruhe. Nein. Huh. Wir sind nicht auf 1914. Okay. 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 Leute. Nur nach dem. Nur nach dem. Gut. Wir gehen. Wir gehen. Nein. Oh. 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 Ist das schwierig. Oh. Ist das schwierig. Natürlich. Am Portal campen sie jetzt alle wieder. Weißt du? Natürlich. Kriege ich noch. So. Voll mit Wasser. Gut. Egal. Das war der Spawner. Die geben uns kein Gold. Wir gehen. Wir gehen. Wir haben 1200. Egal. Wir gehen. Oh. 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 Mein. Gott. War das stressig. Puh. So. Das wird unser Grabungsstab. Oh. Ja. Leute. Oh. Ja. So. Wir haben. Den. als theoretisch neuen Stab. Ich brauche keinen Dynamit. Zu dem Zeitpunkt brauche ich keinen Dynamit mehr. Ach so. Wir können die so machen. Und. einfach nur als zusätzlichen theoretisch, ob das jetzt viel macht. Ich könnte den da machen. Ja. Ja. Vielleicht vergiftet er die noch. Egal. Ja. 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 Ich bin schon wieder total von Arsch. Vielleicht nehmen wir einfach den für unseren Angriff kurz. Oh. Das ist eigentlich nur unser Grabungsstab. Er ist auch verdammt teuer. Okay. Erst einmal. Leben. Und Zauberstäbe. Darüber freue ich mich jetzt erstmal. Ja. Äh. 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 Sollen wir einen guten Zauberstabisch kaufen? Den wir benutzen können? Der da. Oh. Scheiß. Laderade. Das ist doch keine Zeit. Seil. Ah. Der hat nur 40. 22. Streuung. Da kannst du nichts mehr dazu sagen. Da kannst du nichts mehr dazu sagen. Obwohl. Wäre wahrscheinlich egal. Wenn wir. Ich glaube ich werde mir jeden kaufen. 10. 10. 20. Ja. Obwohl. Der könnte sogar gehen. Leute. Wir probieren mal den hier mit der Kombination aus. Wäre schon mal schneller. Unsere Laderade vergeht. So gut wie nicht. Okay. Ich muss gar nicht, dass die auch noch explorieren. Wird jetzt erstmal so reichen, Leute. Ich könnte die haben jetzt. Wie viel? 10. 20. 40. 50. 50. Wegen dem hier. Die Minus Zauberverzögerung. Die 0,558. Und die Minus 17. Oh Leute. Das wird noch lustig. Den kann man einfach so dran haben. Scheiß drauf. Der verbraucht kein Mana. Und macht uns so wenig Licht. Das ist gar nicht schlecht. So. Teleport Zauber. Den können wir noch einmal weglegen. Für eine neue Kombination. Ansonsten brauchen wir den. Und den eigentlich gar nicht. Zack. Weg damit. So. Wir gehen. Ging doch eigentlich jetzt. So. Wollen wir. Wir wollen den noch. Stimmt. Und der macht gut Schaden. 13 Schnitt Schaden. Und macht auch die Wiederaufleidezeit. Ich glaube den werde ich drin behalten. Ich könnte sogar. Du bist ja gar kein Projektil. Gell? Ah. Müssen wir kurz am Damage gucken. Wie viel das macht. Den brauchen wir nicht. Schösser. Ansonsten den kommt man nehmen. Anstatt das eigentlich. Dann müsst ihr alle drei spielen. Sofort. Das ändert sich nicht viel. Der Quappels. Den hebt man auf. Und. Und. Ah. So viel brauchen wir nicht. Einer weiterer. Nicht brauchen wir auch nicht so viel. Das müllt nur zu. Brauchen wir auch nicht mehr. Unbegrenzte Zauber. Die meisten Zauber sind jetzt unbegrenzbar. Das habe ich euch schon erklärt in der vorherigen Folge. Das heißt sowas wie die Feuerbälle hier sind jetzt unbegrenzt. Sowas wie Bomben sind jetzt unbegrenzt. Sowas wie Dynamit ist jetzt unbegrenzt. Es gibt nur gewisse Zauber die sind und nicht unbegrenzt. Weil das wäre einfach zu OP wenn das so wäre. Ist eigentlich sehr gut. Aber brauchen wir die gerade. Wir könnten die Feuerblitze reintun. Aber das wäre nur Mana Verbrauch wieder. Ich glaube wir mischen nochmal durch. Das war. Wenn du unter 25 LP oder unter 25 Prozent bist. Machst du mehr Schaden. Göttliche Gnade. Oder wenn du sterben würdest und mehr als ein HP hast. Wird deine LP stattdessen auf einmal gesetzt. Das ist sehr nützlich Leute. Das ist wirklich nützlich eigentlich. Es besteht die Chance dass deine Projektilzauber dupliziert werden. Du bist allerdings sehr anfällig für Projektilschaden. Da wir noch keinen Schutz haben. Vor Projektile wie zum Beispiel Schleimblut. Dazu kommen aber irgendwann mal noch. Oder dauerhaftes Schild oder Projektilschild. Das ist ziemlich unnütz. Momentan. Also gefährlich. Gefährlich. Nicht unnütz. Gefährlich. Aber wir nehmen es trotzdem. So. Leute ich zeige euch jetzt den ersten Weg. Wie man durch den Shop rausgehen kann. Ohne den Shop zuzumachen. Weil hier ungefähr ist ein Trigger drin. In der Ebene. Wenn ihr da durchfliegt. Schließt sich die Ebene. Ihr könnt jetzt also bis hier hoch fliegen. Der Shop ist noch offen. Und wenn ihr jetzt da wieder rein wollt. Müsst ihr von da oben da reinschießen. Und dann sollte es klappen. Wenn ihr den richtigen Winkel erwischt. Funktioniert das Leute. Wie ihr seht. Okay. Ah wir haben es geschafft. Haben wir wegen gesta... Piss dich. Wie ihr seht. Wir schießen jetzt ab und zu mal zwei Projektile ab. Es ist schon sehr nützlich. Ich muss den Spawner downen kennen. Weil sonst geht das die ganze Zeit so weiter. Oh Gott. Gut. Haben wir es. Oh Gott. Puh. Puh. Jetzt schauen wir mal. Mein Ziel in der Ebene sind eigentlich nur bessere Zauberstäbe. Bessere Zauberstäbe leben. Also so der normale Loot theoretisch. Oh wir haben einen Stopp gefunden. Wow. Einfach aus Zufall. Ich glaube der Zauber wäre jetzt auch unendlich. Rückstoßdämpfer. Wurfblitz. Zwitschnurblitz mit Timer. Öl. Leute ich muss kurz was feststellen. Weil ich habe mal aus so einem kleinen Video her gehört, dass so Materialzauber wie zum Beispiel wie ich gerade aufgesammelt habe. Das Blut. Es gibt Blut, Öl und Wasser. Wenn du die mit in ein Projektil setzt, dann ist es, dann macht es unheimlich viel Schaden. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da reinkommen. Warte, jetzt habe ich es falsch angangen. Dann müssen wir mit dem T-Bob blitzsch oder hoch und dann. Ja. Easy. So. Schauen wir mal. Das geht jetzt nämlich so. Wir müssten eigentlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss es da vorsetzen. Ich glaube ich muss es da vorsetzen. Warte mal. Oder so. Gehen wir nicht sehen. Wie viele Schaden? Was? Wie viele 100 Schaden? 200? Ist das jetzt an dem Öl oder ist das jetzt? Ne. Wir machen auch so 200, 300. Ich weiß, dass das ein Ding war. Jetzt macht es sogar noch weniger Alter, macht schon 200 Hatte ja auch was gesagt, dass es nicht an Ding geht, an Statuen Ich bin mir nämlich sicher, Leute Wir werden es gleich ausprobieren Komm her Es ändert nicht viel am Output, Leute Der andere hat sogar mehr gemacht Wir versuchen es jetzt einfach mal Und gucken, wie es läuft Jetzt muss ich den aber eigentlich hierher locken Und ich habe kein Wasser mehr Warte mal Erstmal Ja, okay, es ist eigentlich total unnütz Was wir gerade gemacht haben Weil wir jetzt eh zurückgehen Dynamitwehr Aber wir haben den Perk ja nicht mal Genommen, den mit dem unbegrenzten Zaubern So, jetzt hauen wir den Scheiß hier raus Weil den brauchen wir eigentlich nicht Ah, ja, okay, jetzt ist auch schon egal Aber wir sind von uns aus der anderen Kammer Ah, ja, ja, das dauert jetzt ein wenig Leute Wir sehen uns, wenn ich es ausgekippt habe Obwohl Ne, doch nicht Oder doch Sehen wir Dann muss ich wieder cutten Nein, tue ich nicht Scheiß drauf Nein, ich cutte nicht Weck mich Nein, nein Weil es ist eh noch ein Video am cutten Das hat mich erst mal vier Stunden zum Also am Render Das hat mich erst mal vier Stunden zum cutten gebraucht Und jetzt ist es ungefähr acht Stunden am Render What the fuck What the fuck Leute, ich habe da Vinci Resolve Falls das einer kennt Und dazu Tipps hat Wie man das besser einstellen kann Oder was ich falsch mache Theoretisch Dann Bitte gebt mir Bescheid Weil das ist wirklich Das kann man nicht behaben Das ist echt hart Acht Stunden Weil Ich bin ja froh dann Wenn ihr eine Serie habt Die ich nicht cutten muss Wenn alles so lange dauert Ja, okay Ich muss auch sagen Das Anfangsvideo wurde von Drei Stunden Material Auf elf Minuten gekürzt Also Vielleicht hat das ja Irgendeinen ausschlaggebenden Grund Ich weiß es ja nicht Aber Ah ja, mein Gott Was tut mir nicht alles Für Video Qualität Ah Okay Ja Eisfeld Eisladung Sehr guter Zauber, Leute Wirklich sehr guter Zauber Wir brauchen jetzt wirklich Eigentlich nur noch Einen Zauberstab Mit sehr vielen Slots Und ein paar Und ein paar Guten Werten Oh mein Gott Nein, bitte nicht Bitte nicht Okay Das ist, wonach wir gefragt haben Das ist das, wonach wir gefragt haben Nein Weil es ein Mission Zauberstab ist, Leute Scheiße Brauchen wir nicht Ah Winkweiger weg Dankeschön Dankeschön Ah Ich habe hier Wasser Wir dürfen nicht vergessen Ständig mit Wasser bedeckt zu sein Weil dann brennen wir wenigstens weniger So Weil wir Die Explosion macht uns gar nichts aus Das ist Wir können die ganze Zeit In unsere eigene Explosion einlaufen Theoretisch Aber brennen ist halt was anderes Oh Und hopp Ein paar Ratten Da oben war da nur irgendwas Ich habe es doch gesehen Das ist was Das ist Cypher Und Battle Musik Los Ist er tot Ja ist tot Was Ist da unten was Ist da unten was Da ist da was Wir können uns doch doch graben Eigentlich brauchen wir gar keinen Grabungsstab mehr Wir haben den nicht einmal Heilungsprojektile Wir brauchen Money Wir brauchen sofort Money Und wir haben einen Vierfachzauber Oh mein Gott Das läuft gerade ganz gut, Leute Eigentlich richtig gut sogar Oh nein Ja Ist okay Gut Haben wir es wieder geschafft Legen wir eine Schweigeminute Für diesen Run ein Der eigentlich ziemlich gut war Und mich das Game aber trotzdem gefickt hat Also Leute Wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben Ihr wisst ja Wird mich unterstützen Mein Abo würde mich auch über freuen Kommentare Ab mit euch Ab in die Kommentare Mir egal Schreibt irgendwas Blablabla Oder eine Nummer Welcher Tag ist heute Wenn ihr das Video anschaut Mir egal Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare Ansonsten Wir sehen uns bei den nächsten Videos Servo